Guten Morgen alle Mann zusammen hier am Freitag oder im Freitagswebinar von und mit Tickmüll. Ich bin heute ein bisschen Schlaftablett in Anführungsstrichen, war sehr sehr langer Tag gestern. Traderleben ist manchmal auch anstrengend, aber gut, es gehört dazu, jeder Job ist von Zeit zu Zeit anstrengend. Von der Seite her machen wir das Beste draus. Es ist Freitag, das Wochenende wartet auf uns. Wir haben eine tolle Woche hinter uns und ich denke, wir können uns auch wieder auf eine gute neue Woche freuen. Alle, die hier live zuschauen heute mit den Handelsideen, die können Sie dann auch direkt für Ihr Trading heute benutzen. Dann machen wir wie jede Woche noch den Ausblick auf ein paar interessante Sachen für die nächste Woche. Und wir reden im edukativen Teil heute mal über Tickmüll, über Esma, über den MT4 hier bei Tickmüll und wie Sie den gut für Ihr Trading nutzen können. Ali, schönen guten Morgen von meiner Seite hier. Und wenn Sie eine Frage haben oder mal einen Chart beleuchten lassen möchten, rein hier damit in den Chat auf Facebook. Dafür ist er da. Da können wir mal die Charts entsprechend durchlaufen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das steht im Risikohinweis. Den bitte ich natürlich wie jeden Tag hier zu beachten. Ja, hier die Themen für heute. Ich hatte es ja schon gesagt. Ausblick auf die Woche, Analyse der großen Indizes und Know-how. Ui, ich sehe gerade kleiner Fehler. Wir machen heute natürlich nicht das Stopp-Management. Das hatten wir in einem anderen Webinar. Ich sagte bereits, wir regeln heute mal das Thema hier im MT4 mit Tickmüll. Aber dazu kommen wir dann im späteren Verlauf erst einmal zu den Handelsideen. Wer den Blog schon gelesen hat, es geht mir heute um die türkische Lira. Moin Elena! Und in Zusammenhang mit dem Euro, also Euro-türkische Lira, dann haben wir das britische Fund Kandollar und den Kandollar japanischen Yen auf der Uhr. Was haben wir nicht über den türkischen Lira in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört an dieser Stelle? Die Währung wird schwach, schlechtes Wirtschaftswachstum. Gestern, ja, gestern gab es in Bezug mal auf die Türkei was Schönes für uns Deutsche. Ja, wir kriegen die Fußball-EM 2024 ins Land. Wird wieder, denke ich mal, ein Wahnsinns-Event. Wenn wir mal an den letzten Event in dieser Richtung in Deutschland zusammen zurückdenken. Fußball-Deutschland und die WM. Das war ja auch klasse. Aber mit Blick auf die Türkei, naja, klar, die sind ein bisschen enttäuscht gewesen. Mit Blick auf die türkische Wirtschaft, da kann man einfach nur sagen, oh mein Gott, ja, das ist voll die Rezession, die wir dort haben. Ich glaube, die haben mittlerweile eine Inflation von über 18 Prozent. Die Zentralbank hat jetzt die Zinsen auf, wenn ich richtig informiert bin. 24 Prozent erhöht. Alter Schwede, das ist der Wahnsinn, oder? Da würde sich so mancher Deutsche freuen auf dem Konto. Aber natürlich, der Währungsverlust ist brutal. Also das ist Wahnsinn, was dort momentan passiert. Der Markt ist extrem. Die Preise steigen wahnsinnig doll hoch. Die Leute haben wirklich richtig, richtig Probleme. Durch diese Krisensteigerungen der Preise, durch diesen starken Verlust der Währung. Das wird wirtschaftlich noch einiges an Zeit dauern, bis sich die ganze Geschichte dort wieder beruhigen wird. Aber nichtsdestotrotz, wir können das Ganze hier zum Trading benutzen, weil die Währungsschwankungen sind ja da. Und dafür können wir im Endeffekt auch von den Schwankungen miteinander hier sprechen. Wir gucken jetzt mal gleich in die Charts hinein. Ich starte mal mit Ihnen hier in den Kandoller japanischen Yen. Ein Chart, wie er im Bilderbuch spricht. Schöne Trends, die hier laufen. Wir sehen hier auch einen Untertrend im Übertrend. Also schauen wir mal hier. Das hier ist der aktuelle Aufwärtstrend. Da habe ich mal die Arme entsprechend eingezeichnet. Hier die letzten beiden, das letzte Stückchen hier. Man kann das Ganze von hier unten auch zeichnen. Hier hat man dann auch einen Aufwärtstrend. Der wurde mal kurz gebrochen, dann ging es wieder hoch. Untergeordnet hier im Blau der Aufwärtstrend. Was ist hier aktuell zu sehen? Wir sehen hier oben einen Top, klack, klack, kurz vor dem oberen Punkt bei dem Hoch von 87, 4, 5, 6. Ist interessant zu sehen. Was war interessant? Wir haben hier erste Mal, Sie sehen es ja selber, momentan Tageskerzen. Wenn wir uns mal den ATR angucken, alter Schwede, das ist Wahnsinn. Also diese Kerzen hier, das sind Nice Candles, die kann man gut traden. Hier hohe Volatilität, das ist auch, also wenn man das mal reinlegt hier, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wir legen den ATR mal ganz kurz hier unten drunter. Das schauen wir uns nachher auch nochmal an, aber ich möchte es trotzdem mal machen. Wir ziehen mal kurz den ATR hier rein. So, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen, dass ich es auch hinkriege. Ich nehme einfach mal den klassischen Standard-ATR von 14, den wir hier haben. Wo haben wir es hier? Gut, das ist jetzt nicht das, was ich sehen will. Ich wollte es eigentlich kurzfristig mal sehen, was ich hier, warten Sie, dann stellen wir das Ganze mal kurz um, Eigenschaften vom Indikator. So, ATR, jetzt mache ich den mal kurz, ich editiere den mal kurz auf eine kürzere Laufzeit hier an dieser Stelle. Da haben wir die 14 und ich nehme jetzt einfach mal eine 5, dass wir uns nur auf die letzten 5 Kerzen beziehen und dann sollten wir hier doch einen ordentlichen Anstieg sehen. Macht das oder macht das nicht? Na, jetzt ist es zurückgegangen. Also die ATR, gut, hier sehen wir es nicht. Das ist jetzt Bastelei, die lassen wir einfach mal weg. Ich nehme die Indikatoren hier jetzt mal raus. Die Average True Range, wahrscheinlich sieht man das dann deutlich besser in den kleineren Zeiteinheiten. Aber wir sind ja nicht blind, wir sehen ja, was hier los ist. Diese starken Kerzen, die sind natürlich ausschlaggebend. Was ist jetzt hier an dieser Stelle interessant? Wir haben gesehen, hier unten an diesem Unterstützungsbereich, wo der blau eingezeichnete Trend entstanden ist, bei 86,228, da ist der Markt gestern aufgedutzt und stieg direkt wieder hoch an. Also stark nach oben gelaufen. Hier oben haben wir jetzt um die 82, nein, das ist die 87,267. Da haben wir so ein leichtes Top. Da will der Markt momentan noch nicht rüber. Das ist also von diesem kleinen untergeordneten Abwärtstrend, den wir hier sehen, den sieht man in der Stunde auch ganz gut. Das ist der Bereich des Korrekturhochs. So, und jetzt an dieser Stelle kommt es halt darauf an, wie der Markt sich hier verhält. Der Abprall von hier unten war erstmal ein sehr gutes Zeichen, dass die Marktteilnehmer sagen, okay, wir sind jetzt hier doch ein ganzes Stückchen tief korrigiert. Jetzt geht es wieder nach oben. War sehr positiv zu sehen. Aktuell hier oben ran gelaufen. Nach unten hin, wenn diese Marke hier doch gebrochen werden sollte, haben wir hier die 85,517. Das ist mal das Korrektur-Tief. Aktuell dieses blau eingezeichneten Trends. Da könnte der Markt hin korrigieren. Das heißt, wenn wir jetzt doch keinen schnellen Anstieg über die Oberseite hier auf dieses Hoch sehen, haben wir auf der anderen Seite hier einen Doppel-Abpraller vom Widerstand. Das könnte dazu führen, dass der Markt doch deutlich tiefer entsprechend korrigiert. Olaf, guten Morgen hier im Webinar live. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Also, nochmal zurück zum Chart hier. Wenn der Markt jetzt hier oben tatsächlich abprallt und hier unten drunter läuft, unter diese Linie bei 86,228, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir noch hier ein Stückchen tiefer laufen. Die Volatilität macht es möglich, dass es auch relativ schnell geht. Das heißt, dass wir hier spikende Kerzen sehen. Auf der Oberseite kann das Ganze genauso sein, dass wir einfach nach oben schieben. Und das gucken wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit hier an. Aber, nichtsdestotrotz, da ist was zu tun. Schauen Sie, hier, das war dieser Riesenschub nach oben. Dann gab es Korrektur. Dann wieder Bewegung. Hier oben rein. Ilma, Ilma, schönen guten Morgen. Good morning, Ilma. Um, from Germany to you, wherever you are at this moment in the world. Um, hier oben angestoßen. Jetzt Korrektur. Wir haben hier in der Stunde einen laufenden Aufwärtstrend. Aufwärtstrend, das heißt jetzt, wir könnten, wenn der Markt uns den Gefallen tut und diesen Aufwärtstrend fortschiebt, hier unten aus der Korrektur hier raus. Schauen Sie mal, hier haben wir das Support Level. Also, das Korrekturtief sozusagen dieses Stundentrends hier, der hier nach oben läuft. Der Ludger ist auch da. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Hier wieder zurück zum Chart. Also, runter. Bis hier runter könnten wir laufen. Das ist der Bereich. Wo haben wir den hier unten stehen? Kleinen Augenblick. Das Tief war bei 86, 853. Da kann der hinlaufen. Wenn er dann rumdreht, das wäre dann ein Zeichen, so ähnlich wie hier, dass der Markt hier ein Reversal Pattern macht, also ein Umkehrmuster und nach oben läuft. Sieht man ganz gut in den 5 Minuten. Also, Sie sehen, in diesen hohen Volatilitäten macht es großen Sinn, eng am Markt zu bleiben. Das ist das Anstrengende im Trading. Und den Markt dazu zu nutzen, die Umkehrpunkte zu suchen. Das heißt, hier einfach zu schauen, wann kommen wir denn unten an. Ich zoome das jetzt mal ganz kurz etwas zurück. Schau mal, hier unten, jetzt muss ich selber erstmal ganz kurz gucken. Hier, das war der Bereich. Ich muss nochmal kurz in die Stunde zurück. Haben wir es markiert? Genau, das war der Bereich hier unten. Der Bereich hier unten, den ich markiert hatte, das ist der Bereich, wo dieser Trend hinlaufen kann. So, wir haben jetzt hier in den 5 Minuten einen Abwärtstrend. Das ist völlig normal. Das ist ja quasi die Korrektur der Stunde. Und die läuft sehr, sehr oft trendförmig ab. So, und wenn dieser Trend jetzt wo auch immer hinläuft und dann sich selbst bricht und wieder nach oben läuft, das wäre dann die Situation, dass wir dieses Umkehrmuster haben. Im Chart könnte das dann folgendermaßen aussehen, dass wir zum Beispiel hier noch ein Stück weit hochlaufen, nochmal ein Stückchen runterlaufen und dann entsprechend der Markt hier hochläuft. Dann haben wir diesen Abwärtstrend gebrochen und dann, wenn es wirklich schick wird, macht es eine Korrektur und bildet einen Aufwärtstrend. Das wäre dann das perfekte Umkehrmuster, was wir dann entsprechend in der Stunde nutzen könnten, um aus der Korrektur der Stunde hier in diesen Trend rein zu traden. Und wenn das passiert, dann machen wir einfach Obacht. Erstmal könnte man sagen, gut, wir handeln ja die kleinen Zeiteinheiten. Ja, das heißt, wenn es tief genug korrigiert ist, kann man sagen, hier oben Adios Amigos, ich habe mir genug vom Kuchen abgeschnitten. Ich muss nicht darauf hoffen, dass der Markt hier oben drüber geht. Für diejenigen, die dabei bleiben wollen, an der Stelle wäre das dann natürlich interessant zu sehen, was passiert hier oben. Läuft der Markt tatsächlich drüber? Weil wenn er das tut, dann haben wir natürlich einen Haufen Upside Potential. Warum? Hier haben wir ein paar Anlaufpunkte und dann, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis anschauen, dann sind wir natürlich in der Situation, dass wir hier oben drüber laufen könnten. Und dann kann es hier über dieses Hoch oder an dieses Hoch rangehen und wenn das Hoch sozusagen rausgenommen worden ist, dann können wir wieder in die etwas weitere Kurshistorie schauen. Und da sehen wir dann hier drüben die Anlaufpunkte, wo es dann hinlaufen könnte. Also es ist doch etwas Potential gegeben, wenn der Markt tatsächlich hochläuft. Und das müssen wir halt jetzt erst einmal abwarten und sehen, wie schon gesagt, die hohen Volatilitäten geben gerade den aktiven Tradern, die in den kleineren Zeiteinheiten hier arbeiten, gute Möglichkeiten hier, wenn sie eng am Markt bleiben, das muss man wirklich eng beobachten, hier in die Richtung entsprechend nach oben zu traden. Kleine Ideen habe ich Ihnen ja gegeben hier im 5-Minuten-Chart, wie sowas aussehen kann. Ob das jetzt hier schon passiert oder erst hier unten passiert oder ob der Markt komplett einbricht, ich weiß es nicht. Aber wir haben die Möglichkeiten hier auf alle Fälle gegeben, hier den Chart entsprechend auch zu traden. So, jetzt räume ich mal den Chart kurz noch auf hier. Die Sachen brauchen wir nicht mehr und ich würde sagen, wir gehen damit direkt in den nächsten Markt hinein, nämlich den britischen Pfund Kandollar. Great Britain Bound, hier haben wir ihn, da ist er. So, alles klar. So, jetzt haben wir hier entsprechend erst einmal wieder die Chart-Eingaben vom Stereo-Trader und hier sehen wir sehr, sehr, sehr schick diesen aktuellen Trendverlauf. Hier schön abwärts gerichtet. Jetzt haben wir hier einen Markt, der ist nach oben gelaufen, der wollte hier nicht unten drunter, hat hier nach oben die Korrektur dieser starken Abwärtsbewegung ein ganzes Stückchen vorangetrieben und findet momentan hier um die 1,72018 einen Deckel. Da will er nicht so richtig drüber. Sehen wir ja auch hier, gestern gab es die Umkehrkerze. Heute kommt schon die Bestätigung, was sind Anlaufpunkte auf der Unterseite. Das sehen wir hier im Chart relativ gut. Wir haben die Anlaufseite hier erst einmal kurzfristig das Tagestief hier vom, wann war es gewesen, vom 26. und vom 25. jeweils um 1,7080 und 1,69626. Das wären mal kurzfristige Punkte nach unten. Wenn er hier wirklich drunter schiebt, dann ist das hier eine entscheidende Marke. Die 1,68733 wird die nämlich gebrochen, dann läuft der Markt definitiv wieder in die Richtung dieses übergeordneten Schubes hier und das kann dann nach unten hin weiteres Potenzial öffnen, dass wir hier in die Bereiche reinlaufen, die wir hier sehen. Also hier unten um die Marke von 1,67921 bzw. dann hier unten diesen Bereich, wo wir so eine Art Doppelboden mittlerweile auch gemacht haben. Das heißt einmal hier in diesem Bereich und einmal hier in diesem Bereich, wo wir aufgedutzt sind. Das kann dann passieren, wenn der Markt hier nicht wirklich drüber will. Was sehen wir hier? Ein bisschen Schwäche. Wir sehen hier oben, der Markt wollte nicht drüber und hat hier aber tiefere Tiefs gemacht. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass die Händler sozusagen immer später anfangen zu kaufen, dass der Markt sich so nach unten schleicht, sage ich mal. Das ist zwar immer ein bisschen doof, sozusagen, wenn wir hier unten immer dieses Schleichen haben und dann dieser massiv starke Rücklauf kommt. Das ist ungünstig. In den Positionen will man gar nicht drin sein. Das ist wirklich immer unschön. Aber nichtsdestotrotz, der Markt, den drückt es halt Stück für Stück runter. Da müssen die Handels-Setups passen. Wem das zu kaugummiförmig ist, der lässt davon besser die Finger. Aber es gibt ja genug Trader, die sich sagen, so what? Geh mal einfach hier oben rein und hier unten raus. Muss man ja nicht ewig dabei bleiben. Oder aber wir nutzen diese untergeordneten Dinge. Und da gucken wir auch mal wieder in den Stundenchart, was wir hier sehen. Und wir sehen hier momentan, was ich immer so gerne sage, wir sehen hier so eine flache Range. Hier, da haben wir sie. Das ist eine flache Range. Und wenn diese beispielsweise nach unten oder oben gebrochen wird, das gibt ja genug Möglichkeiten, das ganze Teil dann zu traden. Und Range Breakout, solche Sachen kommen hier gut und gerne mit zum Laufen. Und bricht das Teil nach unten hin, dann haben wir halt auch hier, sehen wir schön, auch im Stundenchart, Anlaufpunkte auf der Unterseite, die gar nicht so weit wechseln. Hier, Breakout nach unten. Hier haben wir dann die nächsten Anlaufpunkte. Also da kann schon deutlich Bewegung reinkommen. Auf der Oberseite sehen wir natürlich auch hier nach oben ein Stückchen was. Also es ist interessant, was hier momentan gerade passiert. Also auch das britische Fund im Kandeller interessant. Wichtig hier, bitte, wenn Sie das Ganze traden. Wir haben das im Nachrichtenüberblick heute nicht gehabt. Aber gucken Sie bitte, ob Sie Nachrichten um den britischen Fund und den Kandeller finden. Weil ungünstig wäre es natürlich, wenn Sie jetzt so ein Trade eingehen und dann kommen um 11 Uhr Nachrichten, die den Markt in die ein oder andere Richtung erratisch bewegen lassen und dann Ihre Risikoabsicherung quasi nicht mehr funktioniert, weil einfach die Spikes zu groß werden oder die Spreads sich entsprechend ausweiten. Wenn sich so ein Spread übrigens ausweitet, das sehen Sie dann auch in diesen beiden Linien hier, die sind dann deutlich weiter auseinander. Also die sind dann nicht so eng zusammen, wie wir das hier jetzt an dieser Stelle sehen. Also das zum britischen Fund Kandeller und damit in den Euro-türkischen Lira. Sie sehen, wir haben heute Währungen dabei, die sich ziemlich doll bewegen können. Hier im Euro-türkischen Lira, da sehen wir auch häufig Kerzen, die wirklich sehr, sehr, sehr lang sind. Aber wenn man sich an den richtigen Punkten hier auf die Lauer legt, dann kann man schon das verdienen. Also mit den langen Kerzen meine ich solche Teile hier. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Das hier sind eher normale Kerzen. Gut, das ist auch eine ganz schön lange Kerze. Aber nichtsdestotrotz, es gibt hier so ein paar Punkte, die wirklich zum Traden interessant sind. Interessant ist auch das, was hier momentan passiert. Schauen Sie, wir haben jetzt hier oben diese extrem stark abfallende Linie auf der Oberseite und hier unten haben wir so einen leichten Boden. Das nennt sich Dreieck. Also sowas, was hier entsteht, ist jetzt ein Dreieck. Man könnte da entsprechend auch noch eine andere Linie ziehen. Also Sie sehen, in der Chart-Technik kann man ja diverse Sachen ziehen. Man kann das ziehen, das ist jetzt schon nach unten durchbrochen. Man könnte auch dieses Teil hier ziehen. Also rum wie dumm. Es spielt keine Rolle, es verändert das Chart-Bild nicht. Und was jetzt hier in diesem Chart-Bild halt für mich interessant ist, ist die Tatsache, wo wir gerade stehen, an welcher Stelle. Das heißt, wir sehen ja, dass sich dieses Dreieck hier Stück für Stück verdichtet. Und wir haben jetzt hier unten diesen Support um die Marke von, was sehe ich jetzt nicht, kleinen Augenblick, da müssen wir mal kurz die Marken wegmachen. Wenn es klappt, können wir das auch machen, können Sie gleich mal schauen. Warten Sie mal, wir gucken mal, ob wir das wegkriegen. Zack, jetzt sind die Linien weg. Bitte eine Ask-Linie raus. So, und dann haben wir das. Jetzt haben wir nämlich hier Platz. Jetzt können wir sehen, was hier läuft. Also wir sehen, der Markt ist hier gestern reingelaufen in diese Unterstützung, um die 6,975.03. So, da verweilt er gerade. Hier ist er schon mal abgesprungen. Und hier müssen wir mal gucken, was ist. Auf alle Fälle folgendermaßen. Die Währung ist ja eine relativ schwache Währung. Das heißt, was hier an dieser Stelle gut und gerne passieren kann, ist, dass wir hier nach oben wieder ausbrechen. Das heißt, dass der Markt einfach abprallt und dann oben Richtung Oberkante läuft, beziehungsweise auch über diese Oberkante ausbricht. Wenn das passiert, wenn der Markt jetzt tatsächlich abprallt von dieser Marke, dann haben wir halt hier oben, dass ein paar Tageshochs vor uns liegen, die doch interessant sind zum Anlauf für die Oberseite. Und zwar hier bei 7,20044, 7,29661 hier. Und dann liegen die anderen relativ nah auch aneinander. Hier oben bei 7,3386 ist das Nächste. Also wir haben oben etwas zum Anlaufen. Das wäre das eine. Bricht der Markt tatsächlich unten weg? Dann haben wir hier natürlich die Unterstützung erst einmal weg. Hier laufen dann einige Tagestiefs auf. Also hier schauen Sie, das könnte für Bewegung sorgen hier in diesem Bereich. Die liegen aber alle so in unmittelbarer Nähe zu dieser Unterstützung, dass ich die als Einzelmarken gar nicht so annehmen möchte. Da ist der Weg sehr, sehr, sehr gering. Hier wäre dann interessanter, diesen Bereich von 6,82960 an dieser Stelle anzunehmen, beziehungsweise hier, dass sich dieser Schub dann weiter nach unten ausdehnt hier zu diesem Tief, was wir hier hatten, um den Bereich hier. Den habe ich dick markiert, 6,56055 hier, das Tief. Das war etwas weiter unten. Das war bei 6,49439 dieser Kerze hier. Das wäre auf der Unterseite. Das heißt, wir stehen jetzt hier mittendrin in diesem Feld. Wir wissen nicht genau, wie sich es auflöst, aber eine Auflösung könnte doch für deutliche Bewegung sorgen. Wir haben das ja hier gesehen an dieser Stelle. Hier ist es abgeprallt, dann ging es doch deutlich nach oben. Also ein Abprall hat definitiv Potenzial für die Oberseite. Ein Bruch nach unten, das sehen wir auch im Chartverlauf, hat dann entsprechend das deutliche Potenzial für den Weg nach unten. Das zu den aktuellen Charts für den heutigen Handelsverlauf. Mal gucken, was sich hier im Laufe des Tages entsprechend auch so ergibt. Es macht halt immer Sinn, in diese ganzen Geschichten mal reinzuschauen. Wenn wir uns beispielsweise mal, wir hatten ja gestern mal kurz einen Blick zurück an den Silberpreis gehabt, wo wir auch kurz reingeschaut haben, wo wir gesagt haben, hier oben, Abprall, hier, wann war denn das gewesen? War das gestern? Ja, das war gestern. Nee, doch, das war gestern gewesen. Hier hat man das Signal. Gestern, zack, hat es den Markt nach unten geschoben. Und erstes Anlauflevel war halt hier gewesen. Also Sie sehen, da kann an solchen Stellen, wo sich Dreh- und Angelpunkte befinden, der Markt doch mal deutlich reagieren. Und wenn er das dann spielt, dann kann man wirklich auch dabei sein und schauen, wie man hier den ein oder anderen Trade auch direkt raussucht. Dafür sind ja diese morgendlichen Ideen entsprechend auch mit da. So, von den morgendlichen Ideen gehen wir dann in den nächsten Punkt für das heutige Webinar. Und zwar schauen wir mal uns den Wochenausblick an. Was liegt nächste Woche auf der Uhr? Auf alle Fälle eins. Nächste Woche ist der 3. Oktober. In Deutschland, da ist Feiertag. Da ist in Deutschland kein Handel. Das schon mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich von Montag bis Freitag genug Handelstage, wo auch Nachrichten kommen können. Und so geht das Ganze hier los. Und zwar das Thema um 9.55 Uhr am 1. Oktober. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Um 16 Uhr gibt es dann den ISM-Einkaufsmanager-Index aus den USA. Also Montag ist der Tag für die Einkaufsmanager-Index. Am Dienstag spricht Herr Paul entsprechend mal wieder vor den Mikrofonen. Um 18 Uhr bekommen wir hier die entsprechenden Informationen. Während wir hier in Deutschland einen freien Tag machen, gibt es in den USA einige Nachrichten am 3. Oktober. Und zwar gibt es das Thema Beschäftigung. Da gibt es also um 14.15 Uhr den ADP-Beschäftigungsänderungs-Informationen. Und um 16 Uhr gibt es den ISM-Einkaufsmanager-Index. Und wie jede Woche Mittwoch hier die Rohöl-Lagerbestände. Und am Freitag gibt es dann hier die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Also nächste Woche ist wieder ein bisschen Arbeitsmarkt dran. Und die Arbeitslosenquote für September. Wo ich die Termine der nächsten Woche sehe, denke ich gerade dran. Wir haben ja noch gar nicht auf die heutigen Tagesnachrichten geschaut. Hat wahrscheinlich noch keiner gemerkt. Ich habe es jetzt, mir ist jetzt aufgefallen. Wir schauen natürlich hier heute mal noch rein. Wir bekommen um 9.55 Uhr aus Deutschland die Veränderung der Arbeitslosigkeit. Um 11 Uhr gibt es das Thema Verbraucherpreisindex. Also hier Thema Inflation. Was tut sich denn hier im Bereich der Preissteigerungen? Die Einzelhandelsumsätze, da habe ich vorhin mal nachgeguckt. Die waren noch nicht raus. Die sollten eigentlich um 8 Uhr kommen heute. Aber ich habe da noch keine Informationen bekommen. Ich weiß es nicht warum. Die werden wahrscheinlich dann im Laufe des Tages noch nachgeliefert. Und um 9.55 Uhr gibt es dann hier nochmal sozusagen zu der Veränderung der Arbeitslosigkeit auch noch die Arbeitslosenquote hier in Deutschland. Man geht von einer stabilen Arbeitslosenquote aus. Das sehen Sie hier. Heute ist in den USA wieder Freitag. Also ist es auch bei uns in Deutschland Freitag ganz klar. Aber in den USA gibt es freitags immer dann die Informationen für den COT-Report. Das heißt die CFTC Speculative Positions werden hier entsprechend gegeben. Das heute Abend wieder um 21.30 Uhr. Was gibt es da noch als, ja, sag ich mal, zweitwichtigste Nachrichtensache? Sie sehen es hier aus den USA. Es geht wieder ein bisschen um das Thema Kernrate vom Preisindex. Wir schauen auf die Privatausgaben. Das also alles vor Börseneröffnung um 14.30 Uhr. Und um Viertel vor vier gibt es den Chicago Einkaufsmanagerindex. Und um 16.00 Uhr dann die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Das sind alles Dinge, die können unter Umständen den Markt auch bewegen, weil das ja sehr marktrelevante Dinge sind, wo man gute Informationen bekommen kann, wie es um die aktuelle Wirtschaft steht. Aber wir haben ja von Paul am Mittwoch gehört, der Wirtschaft geht es relativ gut. Sie ist relativ stabil. Von der Seite her mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen. Wir haben ja auch gesehen, was die Märkte gestern aus den Vorgaben des Vortages gemacht haben. Das heißt, wo die Händler drüber geschlafen hatten, was der Herr Paul bzw. die FED am Mittwoch gemacht haben, haben die Märkte einfach wieder den Weg nach oben gefunden. Und das, denke ich, ist auch ein gutes, gutes Zeichen von Stärke. Also, diese Dinge haben wir da. In der Eurozone gibt es um fünf nach halb drei noch eine Information. Da gibt es eine Rede von der EZB. Das für den heutigen Tag. Bisschen durcheinander das Ganze hier mit den Nachrichten heute. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Und damit würde ich sagen, wechseln wir direkt in die Charts. Es ist soweit. Wir besprechen jetzt mal die großen Indizes. Das heißt, wir machen das wie jede Woche Freitag. Wir fangen erst mal mit dem DAX an. So, dann ziehe ich jetzt einfach mal hier rein den DAX. Mach das Fenster entsprechend groß. Ziehe das Bild hier mal etwas weiter zusammen, dass wir was sehen können. Und ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir sehen also, wenn wir uns das große Bild einfach mal anschauen, wir sehen die unveränderte Situation. Wir sehen das gleiche Bild, was wir letzte Woche gesehen haben. Es gibt nicht so wirklich Fortschritte. Nach dem schönen Anstieg, den wir hier gehabt haben, gibt es so dieses Hin- und Hergetingel am Markt. Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen näher ran. Wir haben hier oben, also wir haben weiterhin langfristig dieses Dreieck, was hier aufeinander zuläuft. Diese Mittelschiene hier oben, diese 12.600 Punkte Marke ist weiterhin wichtig. Wir haben jetzt hier in Bezug auf diesen Markt nach unten lediglich jetzt eine starke Aufwärtsbewegung gesehen. Und der Markt, der überlegt hier quasi, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, also wenn man mal dieses Bild sieht, es wäre schon wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass der Markt hier oben drüber läuft. Das heißt, dass wir hier oben über diese Hochs laufen und endlich mal die Marke von 12.600 Punkten in Angriff nehmen, um dann hier drüber zu kommen. Das würde das Bild deutlich, deutlich positiver gestalten, weil dann wäre endlich dieser untergeordnete Trend hier weg. Solange wie der nicht weg ist, haben wir diesen latenten Abwärtsdruck weiter da, weil das, was wir hier momentan sehen, ist, schauen Sie, wir haben hier einen Abwärtstrend. Wir haben im Großen den Schub nach unten. Wir haben jetzt hier im Abwärtstrend untergeordnet die Korrektur. Und das ist halt das Punkt. Der Markt kommt hier nicht so richtig aus dem Knick. Zwar haben wir hier diese schöne Aufwärtsbewegung gesehen, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich dieses Bild mal anschaut, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Abwärtstrend. Wir haben hier einen Abwärtstrend. Das ist ein Bild, was bärisch ist und das ist einfach nicht schön. Der US-Markt geht weiter nach oben, die Schere wird wieder immer, immer größer. Und das ist halt ein bisschen schade. Schauen wir mal, was der Markt hier heute draus macht. Wie schon gesagt, im DAX ist es wichtig, die 12.600-Punkte-Marke, die muss genommen werden, damit wir hier in meinen Augen eine deutliche Aufhellung vom Markt bekommen. Ansonsten ist das Risiko relativ groß, dass sich hier einfach nur eine tiefe Korrektur entwickelt hat und danach der Markt wieder hier runterläuft auf die Marke von 11.800 Punkten. Diese Gefahr ist tatsächlich vorhanden. Läuft es allerdings nach oben, das ist dann ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn der Markt sich fängt. Und eins möchte ich dazu als Einschränkung noch sagen, nach so einer Woche, wie wir die hier erlebt haben, ist es nicht unnormal, dass wir dann eine Woche folgend haben, die etwas durchatmet. Das heißt, in meinen Augen ist es jetzt genau stark und wichtig, was passiert hier nächste Woche. Das heißt, wenn der Markt sich wirklich nach oben bewegt nächste Woche, wäre das schön. Also die Erwartung, die hier wirklich toll wäre, wäre, wenn wir nach dieser starken Aufwärtsbewegung hier das Teil, was wir hier haben, lediglich als Korrektur gesehen haben und wir nächste Woche dann diese Woche Kraft gesammelt haben, um nächste Woche hier oben reinzulaufen. Das wäre genial. Das ist jetzt also einfach mal eine Projektion nach oben hin. Schauen wir mal, ob das kommt. Wie schon gesagt, wir haben den Druck von oben momentan. Wir sehen hier in einem Abwärtstrand, der tief in seiner Korrektur ist. Der Schub nach oben wäre wichtig. Und dann hier, wie schon gesagt, diese Marke hier um die 12.600 Punkte. Da muss er drüber. Dann hält sich in meinen Augen das Bild deutlich auf. Und dann haben wir eine gute Chance, weil wir diesen Abwärtstrand hier hinter uns gelassen haben, dass wir dann hier in die nächsten Hochpunkte laufen. Das heißt, wenn wir die 12.6 überschritten haben, dann haben wir gute Karten, dass wir weiter Stärke und Kraft sammeln im deutschen Index. Und hier auf die 12.7, 12.8 bzw. dann hier oben knapp die 12.9 entsprechend auch anlaufen können. Da müssen wir aber erst mal abwarten, was passiert. Das wird uns die Zeit zeigen. Fragen dazu gerne einfach hier im Chat an dieser Stelle. So, dann nächster Markt. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz auf den Eurostoxx 50 ein, weil ich will Ihnen da mal ganz kurz etwas zeigen. Und zwar in Bezug auf gleitende Durchschnitt, dass man auch mal sehen kann, welcher Markt ist denn hier stärker oder schwächer. Weil es gibt manchmal so ein paar kleine Abweichungen zwischen dem DAX und dem Eurostoxx 50. Ich lege jetzt hier mal eben die SMA 50 mit rein. Und hier ist es halt gut zu sehen, was der Markt hier macht. Also wir sehen, der Markt läuft hier ran, aber kommt noch nicht so richtig drüber. Im Eurostoxx 50 hat man das gesehen, da ist der Markt schon drüber. Das ist ein gutes Zeichen für den Eurostoxx 50, dass der Markt hier hochläuft. Im Eurostoxx 50 sind ja auch noch ein paar andere europäische Unternehmen drin, die im DAX halt fehlen. Das heißt, der Eurostoxx 50 zeigt momentan mehr Stärke, als das der DAX tut. Und das ist interessant. Wir haben zwar hier im Eurostoxx 50 auch noch, sag ich mal, dieses Hoch hier oben rauszunehmen, aber dieser Markt notiert mittlerweile wieder relativ stabil über der SMA 50. Ob das heute so bleibt, das weiß kein Mensch. Wir sehen ja, die Kerze läuft momentan etwas nach unten. Aber nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeit ist hier entsprechend gegeben. Und das ist so ein kleines bisschen der Unterschied zwischen jetzt diesen beiden Märkten, die wir hier in Europa haben, dem DAX und dem Eurostoxx 50. Gut, also damit mal ganz kurz der Ausblick hier in den Eurostoxx 50. Und ich würde sagen, dann gehen wir hier direkt in die US-Märkte mit hinein. Ich mache das Bild mal wieder so. Hier, ja, was haben wir gesehen? Wir sehen weiterhin, das bleibt, wahrscheinlich ist das langweilig, wenn Sie das jede Woche von mir hören. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja weiter schön den stabilen Aufwärtstrend nach oben. Wir haben hier unten diesen Bereich, schauen wir mal hier, die Linie ziehe ich mal ganz kurz rüber, der hier weiterhin im Raume besteht, der Korrekturmöglichkeit. Das heißt, hier unten, wo dieser Ausbruch dran gewesen ist, das war der Tiefpunkt dieser Korrektur hier gewesen. Das heißt, das aktuelle Korrektur tief unter den Daumen, die Marke von 2870. Ist der Markt schön abgeprallt, schön nach oben gelaufen. Jetzt sehen wir hier so ein bisschen Korrektur. Gestern hat der Markt hier schön auch nach oben tendiert. Das sehen wir auch momentan. Da wäre es dann wichtig, dass der Markt schön nach oben tritt. Aber wir haben hier im S&P 500 weiterhin schön diesen stark nach oben laufenden Aufwärtstrend. Das sehen wir auch hier. Hier können wir wirklich sehr, sehr schön die Trendlinie entsprechend nach oben ziehen. Da läuft der wie ein Schnürchen drauf lang. Das sieht man auch hier, wenn wir uns mal den Wochenchart entsprechend auch anschauen. Hier, das kann man sogar noch länger ziehen. Das heißt, seit diesem Tief hier läuft der S&P schön stabil entsprechend nach oben. Und das, denke ich mal, ist sehr, sehr, sehr interessant zu sehen. Und es ist auch interessant zu sehen, mal den Vergleich zum Vorjahr. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Wir hatten hier sozusagen im Vorjahr, wenn wir uns das mal anschauen. Hier, gucken Sie sich das mal an. Das war genau das gleiche Bild. Wir hatten hier nochmal kurz drunter. Aber das war genau das gleiche Bild. Wir hatten hier ab dem Sommer stark diesen Hochgang nach oben. Hier das gleiche Bild ab dem Sommer, zack, diesen starken Aufgang nach oben. Das ist ein ähnliches Bild. Mag sein, dass es hier so weitergeht. Dann haben wir sozusagen jetzt im Herbst hier noch einiges an Dingen vor uns kommen, die wir schön für unser Trading hier auf der Long-Seite in diesem Index sehen können. Mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen. Interessant ist, was jetzt hier an dieser Stelle entsprechend passiert. Es kann natürlich sein, dass der Markt jetzt ein Stückchen weiter tiefer korrigiert. Das müssen wir mal abwarten. Wir sind jetzt hier etwas unter dieses Ausbruchslevel gelaufen, was dann aber direkt gestern wieder aufgekauft wurde. Schauen wir mal, was der Freitag heute bringt. Wir haben auch Oktober, also zumindest den Wechsel zum Oktober hin. Es könnte sein, dass hier auch ein bisschen Window-Tracing betrieben wird. Deswegen die Preise hier gestern auch schön nach oben gelaufen sind und danach erstmal wieder nach unten ein bisschen korrigieren. Das weiß kein Mensch. Aber was hier interessant ist, wirklich der Markt ist im Aufwärtstrend. Aktuell ein bisschen Korrektur seiner letzten Bewegung. Ist alles schick, fein läuft der Markt hier nach oben. Nach unten hin könnte es, wie schon gesagt, noch etwas Ausdehnung geben. Das würde jetzt sozusagen dem Aufwärtstrend im S&P 500 allerdings überhaupt keinen Abbruch tun. Wo wir gerade hier auch sind, schauen wir uns direkt mal den Dow Jones an. Und der Dow Jones macht von der Seite her aktuell das gleiche wie der S&P 500. Das heißt, gestern ein bisschen hoch. Heute, naja, der Markt hat noch zu. Also diese Kerze, die wir jetzt sehen, hat glaube ich nicht diese große Relevanz. Aber was wir hier halt sehr schön sehen, ist dieser starke Schub nach oben. Der wird jetzt einfach korrigiert. Hier haben wir wieder dieses Muster, dieses Korrekturmuster, was wir hier sehen. Diese Flagge auch nach unten. Jetzt wird es hier wirklich interessant, was hier an dieser Stelle passiert. Ob der Markt runterläuft. Wir haben hier entsprechend das Ausbruchslevel im Markt hier. Da kam der Ausbruch her um diesen Punkt. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Markt auch bis da runter korrigieren kann. Wir sehen, der Abwärtstrendkanal ist halt hier noch intakt. Aber der übergeordnete Trend ist weiterhin schön aufwärtsgerichtet. Die Tendenz geht weiterhin nach oben. Also auch hier im S&P, entschuldigen Sie bitte, im Dow Jones alles im grünen Bereich. Der Markt läuft schön entsprechend nach oben. Und wenn wir uns hier das gesamte Spiel mal anschauen, ich mache das mal ganz kurz etwas in die kleinere Zeitanheit, sehen wir auch hier schön die Tendenz nach oben. Und wir sehen hier an dieser Stelle, entschuldigen, dass hier diese ganzen Kritzelei-Zeichnungen noch mit drinnen sind. Hier haben wir schön auch diese Aufwärtslinie, wo der Markt wie am Schnürchen auch schön nach oben läuft. Und wir sind hier momentan in der letzten Woche über dieses Allzeithoch drüber gelaufen. Und jetzt macht der Markt hier an dieser Stelle genau das, was er sehr, sehr häufig an solchen Punkten macht. Er atmet einfach mal kurz durch, holt ein bisschen Luft und wenn das klappt, dass die Luftholung vorbei ist, dann haben wir wirklich hier auch in diesem Markt das Potenzial, einen neuen Weg zum Allzeithoch zu finden und den dann sozusagen rauszunehmen und nach oben wirklich anzulaufen und dann richtig Schub nach oben reinzukommen. Also hier haben wir auch einiges an Potenzial da. Momentan werden Allzeithochs immer noch gekauft. Aus diesem Grund bleibt hier alles im grünen und aufwärtsgerichteten Bereich. Das Ganze sehen wir auch im technologielastischen Index hier an dieser Stelle. Der Markt hier hatte die Korrektur, Sie sehen es, wie es war, etwas anders gestaltet, wenn wir uns mal die anderen beiden Indizes gerade angeschaut haben. Der lief dann doch deutlich runter, aber hier haben wir jetzt schön diesen trendigen Verlauf nach oben. Das kann man schön auch in der Stunde sehen. Hier auch wirklich sehr, sehr schick oben rausgenommen. Wir hatten da glaube ich hier auch drüber gesprochen, hier über diesen Bereich drüber gegangen. Da hat sich der Aufwärtstrend gebildet. Hier sind die Aufwärtspunkte zu sehen und ich denke, wenn auch hier diese ganze Entwicklung weitergeht, sehr schön hier oben zu sehen, dieses Allzeithoch, was das als nächstes angelaufen werden kann. Und wir können dieses Prozedere hier auch mal fortschreiben. Schauen Sie, hier hat man die Korrektur dieses Aufwärtstrends und hier läuft der Markt wirklich schön wieder weiter nach oben. Und wir haben halt hier, Sie sehen es auch selbst untergeordnet, jetzt wieder einen Trend, der in die Aufwärtsrichtung läuft. Also schön, was man hier entsprechend in diesem Markt rausnehmen kann und zum Traden nutzen kann. Also der Markt gibt uns hier wirklich immer, immer wieder die Gelegenheit, schön aus den Korrekturen heraus nach oben laufzudrücken. Und Sie sehen halt, egal ob Sie jetzt jemand sind, der regelmäßig während des Handelstages hier am System sitzt und tradet oder aber als beruflich, also als nebenberuflicher Trader arbeitet. Wir haben hier die Möglichkeit in diversen Zeiteinheiten diesen Markt zu traden und das ist das Ganze, was es hier auch entsprechend interessant macht. Also hier zum US-Tech auch alles wirklich sehr, sehr interessant, was der Markt hier macht. Und wenn wir mal diese Projektion herausnehmen, wie wir das auch hier unten gehabt haben, wenn wir mal die Potenziale anschauen, gucken Sie mal, was wir hier gehabt haben. Hier haben wir sozusagen den Korrekturbereich nach unten gehabt. Und wenn wir dieses Bild sozusagen nach oben projizieren an dieser Stelle, warten Sie, ich mache mal ganz kurz hier noch die zweite Geschichte oben drauf. Das heißt hier dieses gleiche Bild nochmal nach oben ziehen, dann sehen wir halt, so das nehme ich jetzt mal mit, zack oben drauf, was am Potenzial da war. Hat der Markt wirklich eins zu eins abgeräumt und hier an der gleichen Stelle, Moment, das Ganze, wenn wir uns das mal jetzt anschauen, hier drüben beim nächsten Markt, wenn wir mal sehen, wie tief die Korrektur hier entsprechend gegangen ist, wenn wir das mal einfach nach oben projizieren möchten, dann haben wir hier schon die Möglichkeit mal zu sagen, was hat denn der Markt, wenn man so eine reine Projektion mal macht, überhaupt noch an Potenzial nach oben hin. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen und das Ganze mal etwas nach oben projizieren, wenn wir das mal oben draufsetzen, dann schauen Sie, was hier mittelfristig laufen kann. Also da geht es dann Richtung 8000 Punkte, rein von der Projektion, wenn man mal die Korrekturtiefe aussieht. Das wird wahrscheinlich nicht in einem Schub geben, aber da sehen wir mal, was an Potenzial da ist, was an so einer Rallye entsprechend hier noch kommen kann. Und das, denke ich, ist doch interessant für uns Traderinnen und Trader, hier das Ganze auch in die Hand zu nehmen. Und wie ich so gesagt habe, wir haben die Möglichkeit, hier in verschiedenen Zeiteinheiten das Ganze zu traden. Das bleibt in meinen Augen wirklich sehr, sehr interessant. Und da sage ich danke, Mark, für diese schönen Möglichkeiten, die wir hier an dieser Stelle auch geboten bekommen. Damit also hier der große Ausblick für die Indizes im US-Markt und im deutschen Markt. Jetzt hatten wir in der vergangenen Woche auch noch den japanischen Markt hier, den entsprechenden Nikkei mit auf der Uhr gehabt. Und im Nikkei, da hatten wir ja wirklich diesen wahnsinnigen Schub. Also ich hatte ja hier darauf hingewiesen, dass wir hier diese Marke hatten. Ich gehe noch mal kurz in den Wochenbereich, wo ich gesagt habe, schaut mal, was hier passiert. Wir haben hier im Großen diesen Schub gehabt. Dann kam hier der Bruch kleiner Rücksetzer. Wir hatten hier wirklich live im Webinar darüber gesprochen. Und dann sagte ich hier, Anlaufpunkte hier und hier und jetzt sind wir am Allzeithoch. Schauen Sie, was passiert ist. Der Markt, der ist momentan so dankbar, der nimmt sowas an. Gucken Sie hin, da ist so viel Potenzial. Da hier stehen wir jetzt am Allzeithoch. Von hier unten sind wir rausgekommen. Da braucht man keine Eile zu haben. Das konnte man wirklich megamäßig entspannt traden. Und schauen Sie, was für Power im Markt drinnen ist. Also es ist einfach irre. Und hier kann man diese Reflexion auch machen, wenn man mal sieht, was hier unten rausgekommen ist sozusagen. Und das oben mal aufprojiziert. Das heißt, dass wir das einfach mal oben draufsetzen. Dann sehen wir auch, dass der Markt hier schön dieses Potenzial auch abräumt. Also es ist einfach genial. Auch dieser Markt im japanischen Index sehr, sehr schön aufwärts gerichtet hier im Tagesschart. Ich mache das Bild mal kurz größer. Sehen wir entsprechend hier auch diese Möglichkeiten. Also hier sehen wir auch immer mal kleine Korrektur. Hier hatten wir das Ganze seitwärts laufen. Und das ist so normal für solche Märkte, wo einfach der Kaufschub da ist. Das schleicht so wie so ein bisschen nach oben. Aber nichtsdestotrotz, der Markt steigt schön an. Und das ist ja das, was wir als Händler auch einfach antizipieren können. Wenn der Markt sich stark bewegt, dann ist man aktiver im Trading. Wenn der sich langsamer bewegt, dann kann man die Position auch einfach Stück für Stück mal ein bisschen laufen lassen. Und das Ganze hier im Portfolio auch mit abbilden. Also das zum Markt in Asien, zum Nikkei 2.2.5. So, dann schauen wir hier als nächstes mal noch auf den WTI. Da hat es ja auch einiges an Bewegung gegeben. Wir sind jetzt hier in diesem Rohstoff endlich wieder über diese wichtige Marke hier gesprungen. Und ich markiere die eben mal. So, hier haben wir sie. Also, die 70 ist gewuppt worden. Hier über diesen Widerstand sind wir drüber. Ist jetzt eine Unterstützung. Und aktuell sammelt sich der Markt so ein bisschen. Von denjenigen, die sich jetzt schauen. Mensch, gucken wir mal, was das Korrekturmuster ist. Wir haben hier so ein bisschen ein Dreieck. So ein Dreieck ist wirklich sehr, sehr interessant. In einem Aufwärtstrend. So ein, ja, das ist nahezu, ja, es ist ein Dreieck. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein symmetrisches Dreieck. Das wäre es nicht. Aber es ist auf alle Fälle ein Dreieck, wo wir einfach wirklich sehen, der Markt läuft hier von unten nach oben. Das ist ein Korrekturmuster für einen aufwärtsgerichteten Trend. Und dieses wird häufig nach oben zerbrochen. Nicht zerbrochen, gebrochen. Heißt also hier, das werden wir uns für die nächste Woche auch mal auf der Uhr behalten hier. Mal schauen, wie der Tag heute wird. Aber hier ist dann natürlich in diesem Markt, der ist mittlerweile auch wieder aufwärtsgerichtet. Wir haben hier schön die Verläufe entsprechend nach oben. Ein Bruch auf der Oberseite wäre dann gegeben, dass wir hier weiter diesen Schub nach oben entsprechend fortsetzen. Ich räume diesen Chart mal ganz kurz für Sie ein bisschen auf. So, an dieser Stelle. Und da sehen wir dann entsprechend den Markt auch weiter hochlaufen. Das ist interessant. Wir hatten hier jetzt schon das ein oder andere Mal über den Ölpreis gesprochen. Hier die Anlaufpunkte auf der Oberseite haben wir dann hier oben. Wenn es dann hier wirklich drüber geht, hier geht es dann entsprechend weiter an die Hochsrand. Die hatten wir hier oben bei 74, 75 Dollar in diesem Bereich. Also hier bleibt es megamäßig spannend auf der Oberseite. Ein Bruch nach unten würde anders ausschauen. Aber wir haben jetzt hier ein bullisches Korrekturmuster. Und aus diesem Grund eher die Oberseite in meinen Augen zu favorisieren. Das zum großen Ausblick wichtiger Indizes und Rohstoffe. Ich schaue gerade mal in den Chat. Fragen gibt es dazu nicht. Es gibt auch keinen Wunschmarkt. Das heißt, an der Stelle würde ich sagen, gehen wir aus diesem Wochenvorausblick beziehungsweise der großen Chartanalyse in den Teil hinein, wo wir uns einfach mal ein bisschen mit dem Trading hier bei Tickmill entsprechend auch beschäftigen. Ich mache wie immer hier den Aufnahmestopp, einen kleinen Break, dass wir dann diesen edukativen Part entsprechend separat wieder mit auswählen können.